so die neue aufnahme halli hallo herzlich willkommen zur neuen folge schrubi ist fast in mir reingefahren ja der fahrt immer so zu schnell ja du kannst nicht um kurven fahren ich geb dir schon voll gas gerade frag mal wie viel folgen möchten du da aufnehmen äh bravi du fährst glaube ich ein bisschen zu schnell was ja du bist schon wieder 500 meter weiter weg willkommen der nicht hinterher du ich sehe da irgendwie so ein rotes auto und ein schwarzes auto hier auf dem schild was bedeutet denn das ich glaube der mond der tut dir nicht gut im spiel was denn das ist ein naturprall ich habe es ja gestern schon erklärt ja stimmt stimmt noch ganz ganz ernst wird er ja da vorne jetzt kannst du wieder gas geben ey ich trinke gerade eine spitze hier eine spitze lecker soo ravi gib doch mal gas trinkt das original tschuldigung tschuldigung warte ich da scherz alter alter ober der stress hier alter 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 hast du den eingesehen nein aber baby du weißt was es heißt ne warten du hast gerade den krieg anfang bei der freund nein ich habe ich habe gerade eine in der in der gegenspur gehabt ich steh noch nein nein ich hatte wirklich schrubi hat ihn auch gesehen der auch so weit rübergezogen ist einfach da im gegenverkehr entgegen gekommen ja also auf der anderen seite ist der gegenverkehr gefahren also wie war macht er sowas ein geisterfahrer quasi wenn er nicht auf der anderen spur gewesen wäre hätte man einen unfall gehabt ich werde jetzt mal ein bisschen leiser sein jetzt weil sonst die kleine auf ja nie die schläft schon wieder nicht weil ich wieder so laut bin ja meine frau ist ja gerade drüben deswegen muss ich jetzt mal ein bisschen leiser reden damit ich nicht so rumschreie ganz leise ja wieder gibt schon wieder voll gas hier und bremst nicht so sehr ab dort kriege ich dich wieder weg hier unabsichtlich ob da war tankstelle bei dir bravi wieso hatten problem aber da fast immer gern tanken okay aber ich glaube da kommt eben vor amsterdam kommt eine wenn wir weiterfahren dann kommt eine gut okay wir sind ja schon nicht aber ich würde hat vor vor england noch mal voll tanken ja ja ich soll dann irgendwas ist so teuer ja in der weiß auch egal ist aber bei dem geld aber es geht ums prinzip ja da will er hier nichts was ist hier die straße mit den roten streifen da wirklich ein radweg weil dort hat sie erst dann muss ich ja schon wieder bremsen keine ahnung das ist glaube ich einfach nur optisch auffälliger hier der seitenstreifen dass man ja bloß nicht drauf fährt geradeaus oder ja gut okay ja ich warte ein bisschen ja du fährst nämlich schon ich bin ja wieder wie eine gesenkte sau wieder ja ich fahr jetzt seit äh 78 ich glaube wir hätten also schon runter müssen nein passt einfach geradeaus ich sehe schon wieder ein mit 17.000 meter es kommen kommen zwei entgegen eigentlich mit der zwei vorbeigefahren ja jetzt kommen drei mir entgegen ja ich sehe ich nämlich auch gerade ja ich bin schon wieder da ok ich bin auch da es ist mir wurscht jetzt dann irgendwann mal eine tankstelle kommen wenn ich mich oder kommt wieder einer ja da kommt dann eine tankstelle hast du boah ist ein kiff ui so mal ein bisschen leiser reden pssst nein nicht pssst pssst willst du die fahrt genießen ja nicht so laut laut chatten pet als bravi gib mal gas gib mal gas fahr hinkt gleich wieder drauf achja mein job overlay passt gar nicht das mache ich dann wenn ich beim tanken bin Gibt's da nicht irgendwie so ein Job-Overlay, das was äh... Hallo, Braui, Gas geben, Gas geben. Ja, ich... Doch Gas, da ist ne Tankstelle. Das hätt ich gern, aber ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Das müsst ihr dann irgendwie mit Eurotrack verbinden. Dass ihr das ausliest, was ich grad fahr oder irgendwie. Äh, du bist ja lustig. Ja, ich bleib da im Gras stehen. Ist ja wurscht. Kann der Schrobi tanken. Ja. Dann tanken wir, Schrobi. Ein schönes Foto machen noch. Schrobi, bei Kippen holen. Hm. Sag ich jetzt aus. Weil der ja auch so früh raucht, ne, der Schrobi. Hm. Hast du überhaupt noch eine Brille mit der Nase da, noch die Kumpel? Ne, ne, ich hab die Perücke auf jetzt. Der hat ja schon hundert Follower. Ja. Und der Bollower, Bollower, mhm. Du könntest nach deiner Anzeige mal neu machen. Ja, ja. Ja, hat ja grad schon der Brunato geschrieben. Echt? Ja. Ja. Doch, doch, Schrobi, mach mal die Anzeige nur, ja. Ähm, Brunato gibt's da nicht irgendwie so Möglichkeiten, wo das selber mitgeht, irgendwie. Wo man sich die ganze Zeit umstellen muss, weil ich glaub, bei Reiji selber. Ja. Äh, okay, das sind ja mehrere Leute bei, äh, bei, bei Reiji, die, die es gehackt, ja. Ja, da werden dann wahrscheinlich deinen Kollegen dahinter, ja, da hat er wahrscheinlich den Kollegen dabei, der was es dann macht, für ihn. Und die Fly. Die haben zwei PCs am Laufen gleichzeitig. Ja. Dann werden wir mal wieder eingeben und... Sind da jetzt. Ja, jetzt ist es aber aktuell. Ja. Ja, dann können wir weiterfahren, hier. Bist du weit? Fabi, Gas geben. Okay, noch. Boah, ein bisschen Gas geben. Wieso fahren wir jetzt wieder aus dem Niederlande raus? Ich weiß auch nicht. Hey, ich fahr nach dem Navi, sorry. Das ist so ein komisches Navi. Sag da die Karte. Ich hab ne 125 Kilometer. Nur. Boah, ja. Ich bin nur ne 125 schon. So, und wo ist der Rotterdam, ja? Ja. Rotterdam, kann sie nicht. Achso, ja dann. Kann sie nicht. Ihr hat was mit Sex gesagt. Der hat Transe gesagt, einfach so. Ist doch nix, okay. Ja, hätt ja sein gefunden. Ja. Gibt's bestimmt irgendwie kostenpflichtige oder so. Und nachdem wir dann in Cambridge waren, nehm ich dann nicht mehr auf, dass er eine Tour dann. Der Redkiller, guten Abend. Ja, der Redkiller, ja. Der Redkiller, ja. Wie auch immer man es aussprechen mag. Willkommen hier wieder. Schönen Abend. Der Redkiller. Ja. Oh, ein Rumäner. Ne, nur der Trailer. Ach, Mena. Das ist auch immer lustig. So viele machen das, dass die nur ihren Aufhänger, den Anhänger stehen lassen. Aber war das nicht mal damals so gewesen, dass die Trailer dann automatisch wegfallen? Ja. Ne, das ist ja eine neue Sportart, nennt sich Extreme Trailer Parking. Ah. Ach so, okay. Ja, ja, ja. Wenn du dann 100 Meter weg bist, oder was? Ja, der, was dann... ...bis 24 Uhr... ...den Trailer mit der größten Entfernung hat, der gewinnt dann einen Preis. Ach, nach rechts. Bist du nach Rotterdam? Ja, der Brabi bremst auch ab wie ne, wie... Ah, dahinter sind da welche. Ja, und du wärst fast auf mir drauf gefahren, gell? WTF? Ja, Shrubi muss da ausweichen. Sorry. Redkiller Park. Was gegen wir, oder was? Ja, Redkiller Park. Ja, ja, Convoy fahren wir, ja. Ja. Bist du noch mitfahren? Wir hätten noch einen Platz frei, oder zwei. Ja, Moment, wie alt bist du? Ja, genau. Das ist Sicherheitsfrage. Wieso ne Sicherheitsfrage? Das hat seinen Grund, glaub's mir, Stavish. Wer hat da jetzt mal einen Elfjährigen dabei, der hat nur Chaos drein gebracht. Oh, na, wer weiß, wovon ich rede. Oh, da fliegt einander aber wie zau. Wo fliegt einer? Monsterhadi. Ja. Fuck. Alter, 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 alter. Ich bin tot. Was soll denn das? Was soll denn das? Alter! Alter! Ja, der hat mich gerammt. Der fährt auch auf der falschen Seite. Ja. Der ist mir volle Kanne ins... Ins... Meldet ihn mal. Ja. Ja. Ja, toll. Ja, ich hab wieder Fehlfunktionen. Super. Ja, ich kann... Ich kann nicht mal ins Menü. Das ist so kacke. Ah. Die Maufenverkalkerde. Hallo, ich will F1 haben! Oh, ne, oder? You can't use power when you're truck stopping. So, Pascal Bauer, 3-3-2, oder? Hehehe. What it! Ich musste zur Werkstatt. Bei mir gehts nur weiter. Na, du liegst jetzt da an der Seite, oder wie? Ja. Ich hab 100 Prozent, ich hab 100 Prozent Schaden. Ja, ich auch. ich komme immer mehr vorbei jetzt glaube ich was nicht ich hätte mich zurück ja mach mal ja immer hier weg ich lade noch mal du wärst doch schon fast ja ich muss noch mal neu laden ja durch die aufnahme wenn ich f9 drücke durch die aufnahme ab kein etf 2 aber ich komme nicht mehr in die werkstatt so 15 wer definitiv was ein bisschen jung weiß halt nicht aber man kann natürlich auch mit 15 schon vernünftig fahren deutlich mehr als doppelt so alt sogar ich bin nicht mal so weit weg ich bin genau an der autobahnauffahrt rotterdam ja ich bin jetzt dort bei der tankstelle wir gespawnt ach so ja ich bin jetzt ich fahr jetzt in rotterdam rein halt aber dann warten auf dem parkplatz bis gerade am parkplatz vorbei ja hätte stehen bleiben können seid ihr nicht nach rotterdam gebottet ist doch in der nähe ich habe kein bock dass ich 100 prozent trailer hat weil dann kann ich gleich wegschmeißen ach so ihr habt geladen oder wie ja ach jetzt habe ich das richtig verstanden dann bleibe ich halt einfach am anstelle wo du dein äh tank aufgetankt hast du den gemeldet hat du den gemeldet schobi ja den einen habe ich gemeldet diesen 332 das ist ein idiot oder das war eigentlich wieder kein admin da das war voll mit absicht das war bestimmt ein 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 wie soll ich sagen ein minderjähriger ja das war wieder ferien und der ist ja direkt an der werkstatt raus jetzt kommt der nächste vollidiot oder was ne jetzt habe ich gemeint hey oh da krieg ich die kratze hier mein freund na ich habe es wie gesagt aufgenommen da krieg ich plack auf den zähnen ich krieg plack grüß plack ich habe es oder schweb wieder wo ist denn der hat er gerade an mir vorbeigefahren ich glaube der fährt schon wieder auf deine seite na 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 wo bist denn du schobi also ich bin jetzt praktisch vor rotterdam bei dieser einen tankstelle also praktisch die nächste tankstelle wo du rein fahren würdet kurz danach ja ich sehe den schubi da ist er ja aaaaaaah daaaah alter du hast nicht mehr angst hey du hast sogar ne ne doch du hast eh agnes anhänger so ich hab da rast schon wieder einer der sebastian eh der wär mir zu wie eine volle kanne rein na wahnsinnig das war der passkleider der 332 gell oder mhm ist der wieder hier oder was na Sebastian irgendwo na 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 332 Pascal Bauer hieß der aber der oh der ist sowas von bescheuert so ich ich mal kurz oh hau mal deinen hau mal deinen stream an äh bravi warum naja damit wir sehen können was du was dir unterwegs passiert hehehe hehehe äh lass gut sein aber sonst bei ruckelt bei mir so äh alter was geht denn hier ab die fliegen da wie die fliegen durch die luft hä Franzos der ist jetzt gerade quer über die ganze Autobahn so ok äh ich will nur neue Volker aufmachen me auf auf äh